Guten Tag zusammen, ich möchte mit euch heute eine mischquadratische Gleichung mit Lösungsformeln rechnen. Und zwar folgende Gleichung, 5 Klammer auf 2x minus 3 Klammer zu ist gleich x Klammer auf 8 minus x Klammer zu. Dazu löse ich die Klammer auf, 5 mal 2x gibt 10x, 5 mal minus 3 gibt minus 15. Hier muss ich auch die Klammer auflösen, x mal 8 gibt 8x und x mal minus x gibt minus x². So, jetzt bringe ich alles auf eine Seite, damit ich diese Formeln anwenden kann. Minus 8x, damit die 8x auf die andere Seite kommt und plus x². So, plus x² bleibt hier x² übrig, dann 10x minus die 8x mit minus 2x und jetzt noch die minus 15 bleibt übrig, ist gleich 0. So, Einwende, okay, wir machen weiter, jetzt können wir die Formelanwendung, das ich nämlich jetzt voraussetzen, dass hier 0 steht und hier nur der Faktor 1 dastehen, also 1x². Sonst müssen wir hier noch das Ganze durch den Faktor teilen, die einzelnen Glieder. Okay, jetzt können wir einsetzen, diese 2 ist die P, ich muss jetzt praktisch einsetzen, also x12 ist gleich minus 2 halbe, so und jetzt plus minus Wurzel aus P halbe in Quadrat, also wieder die 2 einsetzen. So, jetzt muss ich hier die minus 15 als Q einsetzen, hier steht schon minus, ähm, Einwand, mit euch, da läuft das einfach gut. So, minus 15, so, minus 15 und hier ist schon minus, also wird plus, plus 15. So, jetzt, 2 im Quadrat gibt 4 und 2 im Quadrat gibt 4, also haben wir hier 1 und jetzt plus die 15 gibt 16 in der Klammer und da können wir gleich die Wurzel ziehen aus 16 gibt 4. So, einverstanden? Gut, und jetzt können wir schon auszeichnen. Wir haben hier minus 2 halbe, das ist 1, x1 minus 1, machen wir plus 4, das ist gleich plus 3. So, x2 minus 1, und jetzt müssen wir hier minus 4 machen, damit wir die zweite Lösung rausbekommen, minus 5. Jetzt fällt nur noch die Lösungsmenge. L ist gleich 3 und minus 5. So, vielen Dank fürs Mitarbeiten, auf Wiedersehen. So, vielen Dank fürs Zuschauen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020